Robert, wie eng würdest du denn die Verbindung zwischen dem rechtsterroristischen NSU und der fränkischen Neonazi-Szene beschreiben? Es gibt da zwei Stränge. Eine historische Verbindung, also vor dem Abtauchen der jener Neonazis Mundlos-Bünnert und Zschäpe. Da gibt es enge Verbindungen in die fränkische Neonazi-Szene über das Platten-Online-Netzwerk, über gemeinsame Partys im Süden Thüringens, über Aufmarschbesuche der thüringischen Neonazi-Szene in Franken, genauso wie Aufmarschbesuche der fränkischen Neonazi-Szene im Süden Thüringens, über gemeinsame Kader der Szene, Kalt Alec, Tino Brandt, die aus Franken nach Thüringen gewirkt haben oder Kader der Thüringer Szene, die auch für Bayern wichtig waren. Du sprachst gerade von zwei Strängen. Was ist der andere Strang nach dem Abtauchen des Nazitrios? Der andere Strang folgt der Logik, dass zur Ausrecherchierung von mindestens 90 Tatorten in Bayern sicher nicht allein die drei jener Neonazis unterwegs waren, die als Zwickauer Terror-Trio ergelten, sondern dass sie ganz eindeutig lokale Hilfe gehabt haben müssen. Woran machst du das fest? Kannst du vielleicht ein Beispiel geben? Die Schneiderei von Abdurahim Özodogro in Nürnberg beispielsweise, der 2001 erschossen wurde, die war von außen nicht als migrantische Schneiderei zu erkennen. Da muss es Insider-Kenntnisse aus dem Stadtviertel geben. Da muss es Tipps geben, die darauf hinleuten, dass eine lokale Neonazi-Szene eingebunden ist. Es gibt auch die bekannt gewordenen Einzelheiten aus der Ermittlungsarbeit der Untersuchungsausschüsse, antifaschistische Initiativen oder der Polizei, dass beispielsweise Neonazis aus Nürnberg und Niederbayern auf der Telefonliste von Uwe Mundlos standen oder auf zwei Telefonlisten von Uwe Mundlos, die er für den Fall einer Flucht in seinen Rucksack gepackt hatte. Dass also er sich verlassen konnte, auch im Fall illegaler Aktivitäten, auf die fränkische Naziszene, auf hiesige Neonazi-Strukturen, die ja zum Teil bis heute bestehen. Einer dieser Namen auf dieser Liste ist ja der Freies Netz Südkader Matthias Fischer. Gibt es denn da, bis auf diese Namen auf der Liste, auch noch andere Indizien für Verbindungen? Ja, es ist nicht der einzige Name, sondern es steht auch noch eine Frau aus Fürth drauf, die mit der gleichen Meldeadresse dort erscheint, wie Matthias Fischer sie heute noch hat, in Fürth-Stadeln. Und es gibt natürlich noch viele weitere Hinweise, dass beispielsweise in Matthias Fischers Heftchen der Lanser von der Jahrtausendwende Untergrundkämpfer oder die Militanten der rechtsterroristischen Gruppierung Combat 18 gegrüßt wurden. Dass der Wahlspruch des NSU, also dass Taten mehr zählen würden als Worte, die innere Umschlagseite genau dieses Lanserheftchens geziert hatten. Das sind auch so Hinweise, die auf eine enge Verbindung schließen lassen. Aber auch Interviews, beispielsweise ein Interview von Matthias Fischer mit dem Leiter des baden-württembergischen Ku Klux Klan in jener Zeitschrift, zeigen eben an, und das zeigen viele, viele kleine Beispiele und Hinweise, dass es um ein Netzwerk geht. Die deutsche Neonaziszene war und ist bewegungsförmig oder netzwerkartig organisiert. Man kann sagen, der Terror des NSU kam aus der Bewegung, kam aus diesem Netzwerk. Die deutsche Neonaziszene und eben auch die fränkische ist militant, also sie ist gewalttätig, sie ist bewaffnet. Und sie kann ganz offensichtlich auch eine terroristische Struktur hervorbringen, unterhalten und beim Abtauchen versorgen. Waren das dann aber Kontakte, die üblich waren in der Neonaziszene oder muss man davon ausgehen, dass Sie einfach mehr wussten, dass da andere Dinge geplant werden, gar eine Mordserie? Innerhalb der Neonaziszene ist natürlich über die Mordserie nicht gesprochen worden, wenn man beispielsweise Aussteigerinnen und Aussteigern aus der Szene Glauben schenken kann. Das ist aber auch logisch, denn hier geht es um mindestens zehnfachen Mord. Und diejenigen Menschen, die da mitbeteiligt sind, die riskieren lebenslange Haftstrafe. Ich glaube, das bringt schon eine gewisse Verschwiegenheit. Auch der ansonsten sehr geschwätzigen Neonaziszene stellt sie her. Klar ist, es gibt sehr viele Hinweise, die zeigen, die Nazis waren nicht isoliert, die waren nicht abgeschottet in einem Art Untergrund, sondern die waren auch weiterhin mit der hiesigen Neonaziszene bestens verwoben. Was das im Einzelnen für Tatbeiträge, für Hilfe, für Recherche und Unterstützung für die dann mordenden Neonazis heißt, kann ich nicht sagen. Da muss man jetzt auch noch die Auswertungen im NSU-Prozess abwarten. Aber es zeigt eben, es war ein Terror aus der Bewegung, nicht abgeschottet von der sonstigen militanten Neonaziszene. Ein Name, der auch immer wieder fällt, ist Mandy Struck als mutmaßliche Unterstützerin des NSU. Beate Zschäpe hat ihren Pass verwendet. Ist denn da klar, wie weit sie wirklich zugearbeitet hat, inwieweit ihr das bekannt war auch und welche Indizien gibt es zu Mandy Struck? Mandy Struck ist ein gutes Beispiel. Die fränkische Helferin des nationalsozialistischen Untergrunds, die nicht mal angeklagt ist im Prozess, die nicht in Untersuchungshaft sitzt, obwohl sie natürlich über fast ein Jahrzehnt Beate Zschäpe ihre Identität geliehen hat, die hat hier vielfältige Verbindungen in die lokale Neonaziszene. Wir sind zu Matthias Fischer unterhalten, wir sind in die lokale fränkische NPD. Die hat in hiesigen Schützenvereinen geschossen, die hat in wechselnd in oberfränkischen und mittelfränkischen Gegenden gelebt und dort jeweiligen narzisstischen Skinnet-Szenen mitgemacht. Die hat hier ihre Politisierung, aber sie ist kaum Thema. Sie gilt irgendwie als Chemnitzer Problem oder Beteiligte, aber dass sie natürlich über zehn Jahre lang in Franken aktiv und umtriebig war, dass sie hier die Hilfsorganisation für nationale politische Gefangene und deren Angehörige aufgebaut und auch mitbetreut hat, das wird gerne vergessen. Das ist ein gutes Beispiel, wenn eine Person aus der Neonaziszene, vielleicht nicht aus dem Vordergrund der Neonaziszene, sondern eher aus dem Rand, über Jahre einer militanten Neonazistruktur Hilfestellung gibt. Weshalb denkst du, wird sie weniger thematisiert? Also weil sie eine Frau ist und Frauen oft keine führende Rolle zugestanden werden oder hat das andere Gründe? Das könnte ein Grund sein. Schöne Aspekte und Rechtsextremismus sind ja im Fall NSU besonders krass deutbar. Da war Beate Zschäpe abwechselnd die kaltblütige Killerin oder die Braut eines Nazis, das Heimchen am Herd, zuständig für Geldzählen und Katzenhüten. Also da ist schon einfach mal klischeehaft in jede Richtung Bericht erstattet worden. Und das sagt doch einiges aus über Geschlechterverhältnisse auch in der deutschen Gesellschaft und im Medienwesen. Ob das bei Männischdruck auch so ist, weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, dass Männischdruck nicht so Thema ist, weil sie ein ganz gutes Beispiel dafür wäre, dass eine fränkische Neonaziszene über viele, viele Jahre direkte Unterstützungsleistungen für die Terroristinnen und Terroristen da geleistet hat. Und das würde eigentlich mit dem gewissen Mythos aufräumen, den hier bayerische Behörden pflegen, das Ganze sei ein Thüringer-Problem oder sächsisches Problem, das Ganze sei eine abgeschottete Zelle von drei Leuten gewesen, eine davon tot. Das würde eben eher meiner These recht geben, dass hier Mitglieder der neonazistischen Bewegung vor Ort auch illegale Aktivitäten unterstützt haben. Der Bayerische Verfassungsschutz sagt ja immer wieder, wir hatten keine V-Männer im Umfeld des NSU. Und er rückt auch Informationen in Akten nur widerwillig und scheibchenweiß raus oder verschweigt auch mal Wichtiges. Was würdest du sagen, wie nah war der Bayerische Inlandsgeheimdienst dran am NSU? Der Bayerische Inlandsgeheimdienst war sehr nah dran an derjenigen Struktur, aus der der nationalsozialistische Untergrund hervorgegangen ist, also am Thüringer Heimatschutz und der Anteanfahrt Süddüringen. Da beteiligte sich das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz an der sogenannten Operation Rennsteig, mit der es wahrscheinlich mindestens 2003, eventuell auch 2006 oder sogar noch länger, mehrere Inlandsgeheimdienste versucht haben, Quellen in eben jenem militant-narzisstischen, terroristischen Umfeld zu platzieren, was wohl auch in mindestens acht Fällen gelungen sein soll. Über diese Operation Rennsteig hat der Bayerische Verfassungsschutz noch überhaupt keine Auskunft gegeben. Auch im Untersuchungsausschuss berufen sich da alle auf Nichtwissen und Ahnungslosigkeit. Die Akten der Operation Rennsteig, etwa 300 Aktenordner, sind Mitte November 2011, an dem Tag, bevor sie in die Obhut der Bundesanwaltschaft gegangen wären, von den Verfassungsschutzämtern geschreddert worden und konnten bis heute nicht wieder hergestellt werden. Du sagst ja, dass der Bayerische Verfassungsschutz noch weitere Zugänge in die Kreise rund um das NSU-Nazi-Trio hatte. Welches sind das? Beispielsweise durch seinen V-Mann Kai Dalek, der hier die fränkische Neonazi-Szene führend mit aufgebaut hat und gleichzeitig für mindestens ein Landesamt für Verfassungsschutz, nämlich das Bayerische Spitzeldienste, betrieben hat und da auch kräftig alimentiert wurde. Er soll zumindest nach Aussage eines anderen V-Manns, nämlich Tino Brandt, sehr, sehr nah am NSU-Trio gewesen sein. Das kann ich nicht überprüfen, diese Aussage von Tino Brandt, aber es ist auch bisher nichts Gegenteiliges bekannt und es erscheint auch ziemlich glaubhaft. Es hat noch mehr führende bayerische Neonazis gegeben, die als Spitzel gearbeitet haben, die Ende der 90er Jahre, Anfang des neuen Jahrtausends, in der Nähe der Aktivistinnen und Aktivisten des Thüringer Heimatschutzes, in der Nähe von Uwe Mundlos, Uwe Böhnert und Beate Zschäpe waren. Darauf deuten auch Papiere ins Bundeskriminalamt hin, was beispielsweise die Organisation der Rudolf-Hess-Gedenk-Märsche in Wundsiedel angeht. Also ich glaube, dass das Landesamt für Verfassungsschutz ziemlich nah daran war, auch über den Austausch mit anderen Landesverfassungsschutzämtern, dem Bundesamt für Verfassungsschutz oder den Landeskriminalämtern. Und die waren ja, das wissen wir durch den Polizeispitzel Thomas S. aus Berlin, sehr, sehr nah, also wahrscheinlich direkt dran am Trio. Und wir müssen ja auch abwarten, was die weiteren Untersuchungsergebnisse bezüglich des sogenannten V-Manns-Primus des Sächsischen Verfassungsschutzes hier ergeben, der eventuell für das NSU-Trio während des Abtauchens in Vorbereitung von Mordaktionen in Autos angemietet haben soll. Welche Verbindungen hat dieser V-Mann, also mit dem Decknamen Primus, zu Franken oder Bayern? Ja, du kannst solche Verbindungen wieder im Rahmen des Netzwerks herstellen. Dass er einen Laden betrieben hat, in der Platten-Honor-Szene zugerechnet werden konnte, Neonazis in Sachen Musik- und Devotionalienhandel dort ein- und ausgegangen sind. Und insofern ist dann natürlich sich leicht die Verbindungen zur fränkischen Sektion von Platten-Honor beispielsweise ziehen lassen. Ansonsten weiß ich momentan noch nichts über seinen Wilken in der bayerischen Neonaziszene. Vor kurzem im März hat ja ein Polizeibeamter der sogenannten Soko-Bosporus im Untersuchungsausschuss im Bayerischen gesagt, der Bayerische Verfassungsschutz hätte immer wieder gesagt, ja, wir unterstützen euch. Eigentlich wäre aber nicht viel passiert, das wäre eher so ein reines Lippenbekenntnis gewesen. Schieben sich denn da Polizei und Inlandsgeheimdienst die Schuld hin und her? Oder ist es doch ein weiteres Indiz für das Versagen des Bayerischen Verfassungsschutzes? Ich bin ja der Meinung, dass wir genau schauen müssen, bei drei Institutionen, welche Schuld sie auf sich geladen haben. Bei drei staatlichen Institutionen und zwar nicht, welche moralische oder politische Verantwortung sie da jetzt zu tragen haben, sondern ganz konkret, welche juristische Schuld, also welche Verwicklung in dem Ortserie. Sie haben und das gilt für Staatsanwaltschaft, Polizei und Verfassungsschutz gleichermaßen. Die ermittelnden Beamtinnen der Polizei, der Sonderkommissionen haben sich verlassen auf Aussagen des Bayerischen Verfassungsschutzes. Beispielsweise auf die jährlich wiederkehrende Gebetsmühle in den Bayerischen Verfassungsschutzberichten. Es gäbe gar keine rechtsterroristischen Strukturen, es sei auch keine rechtsterroristische Debatte, also keine Debatte über rechtsterroristische Konzepte in der Bayerischen Neonazi-Szene bekannt. Es gäbe keine Anschläge, es gäbe keine Bewaffnung, es gäbe keine Vorbereitung zu Attentaten. Denn die BAO-Bosporus-Mitglieder haben die Bayerischen Verfassungsschutzberichte ausgewertet, weil andersweitige vernünftige Informationen haben sie ja gar nicht bekommen vom Landesamt für Verfassungsschutz. Sie mussten da eh über Monate regelrecht betteln und alles, was sie bekommen haben, ist eine recht untaugliche Liste von 682 Namen fränkischer und schwäbischer Neonazis, mit denen die BAO-Bosporus nur mühsam was anfangen konnte, also nur indem sie da komplizierte Rasterungen angestellt haben. Der Bayerische Verfassungsschutz hatte also ganz offensichtlich kein Interesse, die Ermittlungen zu unterstützen und hat es auch nicht getan. Kennst du noch mehr Beispiele für dieses desinteressierte Agieren des Verfassungsschutzes? Klar, also dann gab es beispielsweise Vorträge von Verfassungsschutzmitarbeitern bei den beteiligten Polizeibeamten und Beamtinnen, in denen der Verfassungsschutz überhaupt nichts erzählt hatte über die Aktualität rechtsterroristischer Angriffe, Strukturen, Strukturdebatten in der Neonaziszene der 90er Jahre. Also überhaupt gar nichts. Das aktuellste Thema, das dort vorgestellt wurde, war wohl das Oktoberfestattentat von 1980. Das ist auch ganz interessant, weil in der Öffentlichkeit streitet der Verfassungsschutz ja eigentlich ab, dass es sich hier um einen rechtsterroristischen Anschlag handelt. Aber ausgerechnet an Beispiele Oktoberfestattentat wurden die Beamten dort, also sogenannt, geschult. Damit konnten die natürlich überhaupt nichts anfangen. Und insofern hat natürlich der Verfassungsschutz auf jeden Fall seine Mitschuld dafür, dass viel zu wenig Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte innerhalb der Sonderkommissionen und der BAO Bosporus, wie sie halt rassistisch hieß, mehr Wert drauf gelegt haben, auch mal in andere Richtungen zu ermitteln, als in die Richtung angeblicher migrantischer Mafia. Spielen denn die ganzen Indizien, Puzzlestücke zu fränkischen Neonaziszene und der möglichen Nähe zur NSU? Spielt das eine Rolle jetzt in der Anklageschrift und dem Prozess, der ansteht? Ja, in der Anklageschrift nicht. Die Anklageschrift ist ein ambitioniertes Werk, also ein langes Werk mit 480 Seiten und 600 Seiten Anlagen. Aber sie spart auch einiges aus. Sie spart ganz auffälligerweise aus lokale Unterstützerinnen und Unterstützer, Mithelfende, jenseits der jetzt angeklagten 5 Neonazis oder Ex-Neonazis. Das spielt erstaunlicherweise keine Rolle in der Anklageschrift. Das wird sich zeigen, a, was da noch in den Prozessakten alles so drinsteht oder b, was unter anderem mit dem Aktenmaterial die Vertreterinnen und Vertreter der Nebenklage, die Angehörigen der Opfer und ähnliches noch Fragen herauskitzeln, an die Öffentlichkeit bringen können im Prozess. Das kann ich momentan nicht einschätzen, ob der Prozess das leisten kann. In anderen Bundesländern sind Verfassungsschutzpräsidenten und Innenministerien zurückgetreten, in Bayern nicht. Wäre das angebracht? Ja, das ist ein gutes Beispiel, dass in Bayern da keinerlei Aufarbeitung, wie auch immer, erfolgt. Im aktuellen Bayerischen Verfassungsschutzbericht, also dem für 2011, der 2012, wird erst übernächste Woche vorgestellt, da steht drin, es habe keine Verbindungen bayerischer Neonazis zum Thüringer Heimatschutz und zur NSU gegeben, beispielsweise. Da werden selbst die, natürlich längst auch den Ämtern und allen staatlichen Stellen bekannten Strukturen, Verbindungen und bekannten Elemente einfach abgestritten. Also beispielsweise hat es auch in Bayern haustauschen gegeben bei Neonazis in Zusammenhang mit der NSU-Mordserie, die aber der Öffentlichkeit gegenüber verschwiegen werden. Aber das ist doch dem Verfassungsschutz längst bekannt. Und hier wird also ganz dreist gelogen, also jegliche Verantwortung, also nicht mehr ansatzweise gelernt oder reflektiert aus den vergangenen sogenannten Pannen. Das passiert einfach nicht. Und es ist auch typisch, dass hier niemand seinen Hut nehmen musste. Ganz im Gegenteil, Vertreter des Verfassungsschutzes sind im Landtagsuntersuchungsausschuss, also vor dem für sie zuständigen parlamentarischen Gremium, super patzig aufgetreten, haben sich als Antidemokraten geriert, die überhaupt gar keine Lust haben, der Öffentlichkeit Auskunft zu geben, die überhaupt nicht einsehen, warum sich gegenüber einem Landtagsgremium rechtfertigen müssen. Also ich denke, da geht die Arbeit so weiter. Also der Verfassungsschutz, der da ja in einer Mischung aus komischer Verstrickung und Stümperhaftigkeit seinen Teil beigetragen hat zur Nichtentdeckung der Mordserie, das ist ja der gleiche Verfassungsschutz, der hier seit vielen Jahren linke und antifassistische Initiativen diffamiert oder in den Bericht reinschreibt, wo sie nicht hingehören. Vielen Dank.